Mit deiner Katze zu schimpfen ist nie einfach, aber man muss lernen, es auf die richtige Art und Weise zu tun und nur dann, wenn das Tier eine Sauerei gemacht oder sich schlecht benommen hat. Wir nennen hier die häufigsten Fehler, die beim Schimpfen einer Katze gemacht werden, damit du sie erkennen und vermeiden kannst. Zunächst einmal möchten wir betonen, dass es wichtiger ist, die Katze von Anfang an zu erziehen, als mit ihr zu schimpfen, wenn sie einen Fehler macht. Zweitens ist es gut zu wissen, dass eine Katze, die einen Fehler macht, die es fast immer tut, um ihr Unbehagen zu zeigen, dass durch einen Mangel oder ein falsches Verhalten ihrer menschlichen Bezugsperson verursacht werden kann. Jetzt folgen die häufigsten Fehler, die Menschen beim Schimpfen mit einer Katze machen. Nummer 1. Stimme erheben oder körperlich bestrafen Katzen hassen Schreier und laute Geräusche. Wenn du sie also heftig anschreist, könnte sie sich sehr erschrecken und dich angreifen, um sich zu verteidigen. Mit der Zeit fängt sie an, dich mit etwas Negativem zu assoziieren. Wenn es nicht sogar so weit geht, dass sie Angst vor dir hat. Nummer 2. Zu spät ermahnen Die Ermahnung ist nur dann wirksam, wenn sie zur gleichen Zeit erfolgt, in der die Katze sich daneben beginnt oder einen Schaden anrichtet. Wenn du die Katze also nicht genau in dem Moment erwischt, in dem sie etwas anstellt, ist es nutzlos, sie anzumeckern, weil sie nicht versteht, warum. Im Gegenteil, sie könnte sich erschrecken und sehr gestresst sein. Nummer 3. Die Nase ins Geschäft drücken Wenn die Katze ihr Geschäft außerhalb der Katzentoilette verrichtet, ist es mehr als falsch, sie mit Gewalt zu ergreifen und sie dazu zu bringen, an der Hinterlassenschaft zu riechen. Natürlich ist diese Art von Bestrafung alles andere als konstruktiv. Es ist eine nutzlose Einschüchterung, die zu nichts Gutem führt. Versuche stattdessen zu verstehen, warum sie die Katzentoilette nicht benutzt hat. Nummer 4. Inkonsequenz Bei der Erziehung einer Katze ist es sehr wichtig, von Anfang an konsequent zu sein, um sie nicht zu verwirren. Wenn du ihr als kleines Kätzchen bestimmte Verhaltensweisen erlaubt hast, wie zum Beispiel auf das Bett zu springen, ist es ganz natürlich, dass sie das gelernt hat und es auch als ausgewachsene Katze noch tut. Du kannst nicht von einem Tag auf den anderen deine Meinung ändern und die Katze dann dafür verantwortlich machen. Diese Haltung verwirrt sie nur und verunsichert sie, weil sie dich nicht verstehen und deine Reaktionen nicht vorhersehen kann. Möchtest du jetzt noch wissen, woran du erkennst, dass deine Katze dir etwas sagen möchte? Dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke.